Viele denken, dass das Modeln leicht ist, aber das ist der schwerste Beruf der Welt, oder? Sehr schwer, ja. Den ganzen Tag auf hohen Absätzen. Alle Augen sind auf dich gerichtet und du musst darauf achten, dass du gut läufst. Ja, ist echt schwer, denn man muss daran denken, das rechte Bein nach vorne zu setzen und dann setzt man das linke nach vorne und dann denkt man so, welches jetzt? Das rechte oder erst das linke wieder? Und hin und wieder muss man sich sogar drehen. Ja, und besonders die Drehung, die macht einem schon Angst.